Zu Rory gehen. Ja, stimmt. Gibt's die Gründe? Alles gut? Eine Überdosis. Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen. Oh nein. Hey, hey, hey. Rainer, Rainer, Rainer. Mach mal aus, bitte. Ich hab dir was Übelstes Wichtiges zu sagen. Was soll das? Arbeitsamt. FAB, open the door. Also wenn ich jetzt Homestage starte, öffnet er Rage, ist das richtig? FBI, open the door. Hey. Guck dir los. Oh, Hülle. Oh. Oh. Du bist verrückt in dein Kopf. Guck in die Fassung an. Aua. 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 Lässt du mich fahren und ich bin auch du fahren und schon wie ein großer Isid. Meinst du das fährt, ne? Nein. Nein, nein. Yeah. Aha. Yeah. Yeah. Los Santos. Krimineller Gangstershit. OCB, UBN, CGF, Rest in Peace, Crips und Kids. SSF Westside Bloods. Machst du Welle, Bruder, knallen wir dich einfach ab. In einer Stadt, wo ein Polizist ein Feind ist, dir immer nur ans Bein pisst. Den meisten fehlt die Einsicht. Ein Stich kann dein Leben verändern. Also heb die Hände, sonst stirbst du, du Blender. Es ist wahr, das Leben ist vergänglich. Ich leb in den Tag, geh für Schein ins Gefängnis. Niemals, Mann, kriegst du von mir ein Geständnis. Für den Kids nehme ich's auf mich lebenslänglich. Cheers. Ja, so, und so weiter. Wie findest? Korrekt. Ja, hört sich gut an, Bruder. Baba. Richtig gut. Okay, cool. Aber hast du noch nicht Zähne geschrieben, oder was? Nee, nee. Muss ich noch Zähne schreiben. Was ist noch? Kompletten Song draus. Bin! Bistin! 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 Ja, Digger. Hey, Rick? Aber jetzt nochmal im Ernst? Hallo? Ist Rick auch weg? Was geht, Rick? Wo ist Rick? Warte, ich hol dich ab, Bruder. Wo ist Rick? Hey, ah! Du darfst doch mich aussteigen mit dem Wahnsinn! Wohin rennt ihr? Ich war's tot gefahren! Ihr rennt falsch, komm! Nein, hier ist das Auto! Nein, ich sitz doch drinnen! Nein, ich seh das Auto doch von dir! Nein, steig nicht ein, Jan! Nein! Ich steig jetzt ein! Nein, du siehst nicht! Bitte nein! Der Digger ist ja behindert! Doch, ich steig jetzt in das Auto hier! Nein, bitte! Das ist... Das steht dir doch! Ich steige doch! Doch! Okay, tschüss! Warte! Geht nicht, oder? Hi, Frank! Das ist ja auch Rick! Oh, schnell! Da kommt ein Auto, da kommt ein Auto! Boah! Alter! Und wo ist Sven jetzt? Der kommt hier gleich, glaube ich! Das ist ja verwerflich an der Arbeit! Aju hat das auch immer gemacht! Hä? Er ist dann auch so! Hallo! Müll abfuhr! Elo! Wo ist mein Mund? Ich bin mein Mund zu voll von mir! Ich bin mein Mund! Ich bin mein Mund! Ich bin mein Mund! Ich bin mein Mund zu haben, Bruder! Zwei, vier, sechs Kühe haben John und ich hier gerade! Oh! Ich will kommen! An der Grenze! Das ist der Kiez, Bruder! Du weißt doch, wo der Baumarkt ist, aber auf der anderen Seite quasi! Beim Supermarkt, hinter der Tanke quasi! Aber direkt an der Mauer! Das ist die erste Kuh über die Grenze! Herr Walter! So geht's heute weiter! Mit Kuh treiben! Warum sind die Kühe? Ich weiß nicht! Hab ich an der letzten Grenze gefunden! Die sind bisher mit mir an der Mauer lang gelaufen! Keine Ahnung! Was würdest du jetzt damit machen? Ja, essen oder zum Tierheim! Nee, aber warte mal! Ist nicht Rory da voll versiert? Ist nicht Rindfleisch voll viel wert? Lass die doch einfach alle töten! Da, Mann! Alle aus der Milka! Nein! Hä, sollen wir die jetzt irgendwo hintreiben? Warte mal! Hä, warte mal! Da hinten ist doch die Farm! Meine Kuh hat das Milka! Oh mein Gott! Soll ich einfach die G-Unit hier hinrufen mit den Worten, hier ist ne neue Gang? Sag mal mal ne andere Frage! Haben nicht Kühe? Kühe haben doch gar keine Hörner! Sind das nicht männliche Kühe? Nein, Kühe haben Hörner! Achso! Ja, aber nicht alle! Aber wisst ihr was das für ein Jackpot ist, Leute? So weiß ich sowas! Ja, was das alles für lecker Fleisch ist! Pumstiks! Können die anderen bis alle bis auf Milka schlafen? Aber nicht alle! Oh, Alter! Ganz ruhig! Na hör mal! Ich hab doch auch keinen Bock auf das Video an! Oh, Alter! Ganz ruhig! Na hör mal! Ich hab doch auch keinen Bock auf das Video an! Nein! Ich bin gerade noch dran, Herr Weiß! Können Sie sich bitte hinten anstellen? Achso! Soll das mein Personal ausweist! Ja, vielen Dank, Herr Kuh! Ey, tut mir mal ein Gefallen! Geht mal wenigstens runter von der Straße! Ah, da kann keiner mehr kommen! Ich hab ja gerade... Na hör mal! Ist Jan mit der Kuh bei PDM? Ja, aber Hans, Freund... Was? Was? Hans macht PDM-Dienst, oder was? Wieso hat Egon... Na gut, größer als ein Auto ist sie nicht! Achso, Walter! Ja? Digga, du bist immer noch mit der Kuh? Ja! Das... Sabel! Ist krank! Spannst du sie gut? Ja, natürlich! Die ist immer noch mit dir unter! Wie oft hat die sich eigentlich schon eingeschissen, Mann? Gar nicht! Auf die Straße immer! Soll sie sich denn einscheißen? Die hat doch gar keine Hose an! Keine Ahnung, ey! Dass das irgendwo alles am Schwanz eng bleibt, oder so! Und das schleift alles hinterher! Ich weiß es doch nicht! Ich hab... Ich hab... Ich kenn mich mit Tünich! Was? Ich hab' da mit Helen tanzen! So... Ich glaub' nicht! Oh... Ist nicht mehr privat, glaube ich! Äh... Mal... AJ! Okay! Danke dir, Digga! Sag jetzt schön! Ein Song nur! Alles gut! Ich steh ja hier, weißt du? Also wir kämpfen kurz ein und kommen jetzt zu Rory und zu kurz zu Rory gehen. Ja, stimmt. Oh, das war uns gefallen. Oh, das war uns gefallen. Ich hab ne Überdosis. Moin. Es steht, du hast ne Überdosis. Ich hab ne Überdosis-Weed. Frank? Ey, man kann von mir nicht... Ich hab den jetzt halt echt rumgemacht. Ey, shit, Mann. Ist das dein Ernst? Ja. Alter, Digga. Das ist von ihm angezündet. Ey, was ist denn ne Überdosis-Weed, Mann? Ja, soll ich mal Mediziner geworfen? Also ich würd sagen, da hast du mich hingehauen. Wurd ich auch sagen. Mir nix, das ist ne gute Idee, Mann. Ob der noch ein paar Joints in seinen Taschen hat? Ich wusste gar nicht, dass das existiert, Digga. Du wärm draußen noch mehr bewusst, so wie's grad klang, oder? Ja, Moin. Alter. Hat dich jetzt echt der Joint dahin gerafft, oder ihr Arsch? Ey, weil du die Katzenfrau weg war. Ey, mach jetzt keine Auge. Alles dabei, Candy. Hallo, bist du wieder gut? Ich hab eh ganz andere... Ne, jetzt geht's mir... Oh. Alter, mach sowas nie wieder, Mann. Ich hab einen Joint gezogen. Überdosis-mäßig. Mh. Puffmann. Kann ich wieder aus dem Lebensleben, ja. Das war nur ein Tabak-Flash, Mann. Man kann doch keinen von Ried nicht bewusstlos werden. Was für ein Quatsch. Das war bestimmt wegen einem Tabak-Flash. Mh. Mh. Sorry. Dass wir keinen xxl oder sowas reingetragen haben. Da war der Stress wahrscheinlich. Kann ich jetzt einkippen? Kannst du mal kurz hierbleiben? Ich würd gerne mal kurz... Das ist nicht dein Ernst. Oh, das ist nicht dein... Okay, das ist ein Quatsch. Alle bitte einmal ziehtreten. Ein Quatsch. Nicht mal ziehtreten. Nicht mal ziehtreten. Darf ich? Bitte, komm. Es ist doch nur so leidig. Nicht mehr leidig. Oh, das ist so leidig. Es ist so leidig. Bestätigung. Baby. Jetzt darfst du dir noch eine von deiner Frau kassieren. Ja, okay. Kannst du jetzt aufhören? Kann man wohl doch. Das ist nicht gesund. Ich hoffe. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.